moin leute was geht ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch wie die herausforderung der woche 1 lösen könnt in der spielern schaden zufügt nachdem ihr einen strudel bei hydro 16 benutzt hydro 16 leute befindet sich hier auf der karte das ist hier die brücke und daneben haben wir schon den strudel ihr geht nun in den strudel rein der schleudert euch in die luft und hier könnt ihr ausschauen nach gegnern halten ja leute das war es dann auch schon dann habt ihr zehn sekunden zeit um gegnern schaden zuzufügen ich sehe hier auch schon gegner ich gehe da mal hin und versuche das ganze mal abzuschließen und herausforderung abgeschlossen leute das war es auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat dann schreibt mir die kommentare lasst ein like auf ehre da leute und ja wir sehen uns beim den nächsten video schau was cool abone ol 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 abone ol